Wir als Familie möchten einen Teil dazu beitragen, Menschen zu retten und Leben zu erhalten. Und dafür haben wir das Unternehmen BESBION gegründet. Wir sind ein Familienunternehmen, das medizinische Labordiagnostika verkauft. Unsere Kunden sind mikrobiologische Labore an Unikliniken, Krankenhäusern oder auch freie Laborärzte. Wir sind kein Hersteller von medizinischen Laborprodukten, sondern wir verkaufen für ausländische Hersteller deren Produkte in Deutschland und in Österreich. Weil es eben um Menschenleben geht, ist es uns besonders wichtig, dass die Produkte, die wir für die Hersteller verkaufen, nicht nur qualitativ wirklich hervorragend sind, sondern dass die Produkte auch innovativ sind und wirklich einen Beitrag dazu leisten, auch die Diagnostik zu revolutionieren. Außerdem ist es uns wirklich wichtig und liegt unserem Herzen, dass wir nur mit Herstellern zusammenarbeiten, die diese Philosophie Menschen retten und Leben erhalten, genauso ernst nehmen wie wir und mit denen wir wirklich auch eng kooperativ zusammenarbeiten können.